Ein Goldblock hast du da gelassen. Ein Goldblock hast du jetzt da gelassen oder was? Ja, hab ich. Ja, nimm den Diablock daraus. Ja, aber was soll ich denn da jetzt drauf machen? Ähm... Haben wir noch von den Knochen welchen? Ja, von den Knochen. Ja, nimm die Knochen. So, dann guck, ob wir noch Nether... Dann haben wir, glaube ich, noch Nether. Das könnte ich mal eben zerstören. Ja, das haben wir noch. Dann machst du nämlich Schärfe mit. Oh, Smite drauf. Nein, das Smite ist gegen Zombies. Ach ja. Hier, Netherzeug. Ich ernte mal gerade was hier und komm mal her. Hast du eine Spitzhacke? Zwei Modify habe ich noch zur Verfügung. Ja, wenn du eine Spitzhacke hast, dann komm mal her. Ich hab Kackspitzhacke. Egal, ob du Kackspitzhacke hast oder nicht. Braucht mir nicht mal eine ordentliche. Ist egal, hier müssen wir ein bisschen was abernten. Damit kannst du die Schärfe des Schwertes erhöhen. Hm. Na, Quartz habe ich ja drauf. Ja, kannst du nochmal erhöhen. So, dann kannst du vielleicht... Ja, Knockback weiß ich, Knockback ist, glaube ich, Schwachsinn. Er hat auch noch eine Spitzhacke. Die habe ich vorher... Die habe ich mal gecraftet. Äh... Materials in EU. Wo ist denn das Scheißbuch? Ähm... Na, ich werde ja mal gucken. Also, für Schwerter könnten wir... Ich gehe mal ganz nach hinten. Okay, das ist... Das können wir nicht machen, okay. Aber wofür ist jetzt dieses Nekrotik? Äh, dafür kann... Das sind für, äh... Skelette. Achso. So, dann kannst du noch, ähm... Bane of Arconist machen. Da kannst du für gegen Spinn machen. Extra Spinn-Damage. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Das mache ich jetzt geil auch noch. So, und vielleicht noch eine, ähm... Hier so eine Obsidian-Platte. So eine... Damit du reinforced bist. Damit das stärker hält. Aber das... Brauchst du eigentlich unbedingt. Ach. Ich habe die Flux da noch nicht drauf. Das Einzige, was du nicht machen sollst, ist, ähm... Ähm... Blais-Powder. Das macht nämlich... Ah, scheiße. Krieg die Flux nicht auf. Ähm, dann mach ein... Goldapfel... Und ein... Diablock müsste das letzte sein. Weil du kein... Du hast kein Ding mehr frei, ne? Äh, ich habe noch... Zwei Stück frei. Hä? Sag mal, was kriegst du denn jetzt nicht drauf? Die Flux. Hast du dein Schwert da hinten drin, oder was? Nö. Hab ich wieder mitgenommen, grad. Dann pack mal nochmal rein. Nicht Flux, das geht nicht auf. Er zeigt... Wir haben doch das Problem eigentlich schon mal gehabt. Ähm... Oder muss ich die erstmal reparieren. Nö. Du hast das doch genauso. Ich habe das auf dem roten Schwert... Wann habe ich es nicht? Wohin ich es nicht. Ich glaube, dass es mit dem Schwert nicht geht. Kann sein, ja. warte mal, ich will was ausprobieren da könnt ihr noch einen Moni-File mitmachen drei remaining ja komm ich mach das spätestens mal reichen Tisha macht das eigentlich vier Tech acht Tech was ist vierzig 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 zehn Tech der Match das wird so ein brutales Schwert das Schwert lasse ich mal hier aufladen das brauche ich nicht mehr Materials and you ach scheiß drauf ach hier wie heißt denn diese komischen da diese fermentierten Eier auf Eier sag ich schon Spinaugen sieht mein letzter Ding drauf und dann gehe ich wieder nach unten ich höre es immer noch knallen ich weiß nicht warum ich so komische Dings habe gerade ich höre das nur nicht, weil ich fahre so leise auf muss ich sagen das kann weg aber eigentlich 3600 halbbarkeit geht schon, braucht man gar keine Batterie wirklich drauf haben nö soo soo so jetzt bin ich fast gegen alles gewappnet ich gehe wieder nach unten habe ich Rüstung ausgewertet? Ja, habe ich bin schon nach unten na haben wir jetzt den schnelleren Weg oder nicht? ja achso sag das doch hab ich doch gesagt nö ich dachte du hättest ihn noch nicht gefunden doch ach du scheiße wo hast du dich denn hier durchgepuntlet? nö irgendwo da kommen wir wieder her hä? äh ja oh hi 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 hier sind adamantitblöcke, ne? ja ich wollte das Handy nicht abbauen achso dann baue ich die ab haha ich habe doch gesagt ich brauche ne bessere Spitze nicht ne dann baue ich die ab wir spawnen nur ganz Zeitwizarden weißt du wo der Spawner denn ist? lass den stehen lass den Spawner aber wenigstens stehen dann aber das lohnt sich echt aber wir sind doch noch Spinnen oder nicht? wir haben nur ein Modify und dann ist der nächste gespawnt hier ist ein Wizards hier ist ein Wizards Spawner ich guck mal drum herum was ich für Spawner finde Alter ist doch nicht wahr scheiß Mini-Zombie wer ist denn jetzt? ne die scheiß Mini-Zombies ne die scheiß Mini-Zombies achso ja ich will nämlich kein Damage achja ich hab von der Projektivschutz drauf stimmt doch ja deswegen das ist geil ich kann hier echt stehen bleiben die ganze Zeit für mich hauen ich fliege ganz einfach nur in der Luft da ist nur ein Wizards Spawner der in der Necke anscheinend oder? hier noch einer ja dann lass den da stehen ja der kann ruhig da bleiben hier sind jetzt durch die Wand gespawnt hm irgendwo hier hinter hm ach hier hä ja dir Wulff das kann ich mal zerstören hm ich war ein komisches Spawner ja rennen wir mal ins Schmerz ist egal fällt genug raus ja ja ne ne äh ich hab schon wieder 8 netherstars das ist doch krank und 7 gelbe Herzen was ist denn das für ein Raum daneben mit diesen Glumienblöcken hm da ist dann auch noch die erste Malung dann soll ich die kaputt machen? die Klampe kaputt machen die Klampe kaputt machen oder? hi ähm ich bin gleich tot du bist nicht tot? hm warum? ja weil ich die ganze Zeit rum geschleudert werde ok ich werde die ganze Zeit rum geschleudert der Raum ist der der ne der Raum hier ich kann den nicht mal abbauen richtig hallo geh mir nicht auf den Keks ja jetzt bin ich gleich tot oh mein Gott ich muss hier weg ich muss hier weg aaaah ja tschüss 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 ich hab kein Leben mehr ich hab kein Leben mehr tschau alle items ja es leckt auch die ich hab ein 800er ping das bringt nicht ich weiß nicht warum ich kann die ganze Zeit schlagen schlagen block weg schlagen schlagen block weg schlagen schlagen block weg ja ich weiß also weil alles weg ist ja ist kacke ah ein 870er ping durchgehend seit ich Minecraft offen habe ich hab grad B-Handy draufgekommen ja Köpfe was ist das zum Kotzen ey ja das bringt mir der der ping steigt immer her ich weiß nicht warum da kommen wir irgendwie nicht das Problem seit ich im Einkauf gerade gestartet habe vorhin stelle ich mal so gib ihm auch nicht zu sterben ne hatte ich ja auch nicht nur ich konnte nicht abbauen ich bin ja so auch nicht gestorben ich kann nur nicht abbauen die ganze Zeit dann komm ich auch nicht weg ich hab mich ja nach unten gebuddelt ja die spawnen ja auch direkt zu extrem ne das stört mich ja nicht es ist ja nur nervig dass ich hier nicht bauen kann als er wieder diesen scheiß Bug mit dem scheiß Observatorium hier ja und das Minecraft kotzt mich etwas an langsam hier das scheiß Mod Pack das ist so nervig sind wir wieder ach ja jetzt ist die Gruppe ja kaputt aah ne warum oder ja du bist ja nicht mehr Owner das stimmt das stimmt war ich ja boah ja du Zombie f*** dich nerv nicht ja ab wenigstens noch Schwert und Rüstung ab wenigstens noch Schwert und Rüstung hm ab wenigstens noch Schwert und Rüstung ja das bringt nix ich kann ein Charmin reinlegen dann dauert das 10 Jahre bis mein Ding kommt ok boah das ist nervig ja das ist scheiße ja ich weiß nicht warum seit ich Minecraft gestartet hab naja hast du eben schon gesagt ja jetzt leckst du bei mir auch noch jetzt krieg ich Paketverluste ok ok aber nur ganz minimal ich hab auch gar keine Paketverluste ne ich hab Paketverluste dann versteh ich dich auch schlecht jetzt geht mein Ping runter und meine Paketverluste gehen her mein Spawner hier unten ist gut ich hab mich von unten herangebaut hey mein Ping geht runter müsst ihr hier so weise super dauert auch nicht lange geht wieder hoch neunziger neunziger ping warum neunziger ping ich hab grad 88 gehabt 88 mhm wow ich sterb ja halt unten auch nicht ja wenn du gut ping hast dann passiert da nichts da kannst du auf jeden Fall abbauen aber als hattest du mal am genau sagen wir mal Minecraft ja ne ich sag ja nur so wie vorher wie ich Schaden genommen hab nämlich gar keinen Schaden mehr aber ich muss auf meine Rüstung aufpassen ja die